Digitalisierung im Büro und wie Prozessmanagement dabei hilft, Schritt für Schritt. Das ist das Top-Thema nach Ihren Antworten im Community-Tab unseres Kanals. Und daher greifen wir dieses umfassende Thema auf und klären Video für Video, wie Sie dabei am besten vorgehen. Und bevor es losgeht, abonnieren Sie gleich den Kanal, damit Sie eben keins von diesen Videos aus dieser Reihe verpassen. Und schon geht's los. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Viele meiner Kunden wollen ihre Büroabläufe digitalisieren und das war auch das Top-Thema in der letzten Umfrage in unserem Kanal-Community. Und damit es wirklich gut gelingt und Sie nicht im völligen Chaos enden, braucht es ein paar Grundlagen. Und damit muss ich Sie jetzt quälen, aber diese Grundlagen schärfen Ihr Gespür für die Möglichkeiten der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen. Also, was bedeutet Digitalisierung und was bedeutet es eben auch nicht? Unter Digitalisierung versteht man die Umwandlung von Analogen in digitale Signale, um sie mit einem Gerät der Informationstechnologie, zum Beispiel an einem Computer oder einem Tablet oder was Vergleichbaren, weiterverarbeiten zu können. Analoge Signale sind stufenlos verstellbare Werte, während digitale Signale diskrete Werte annehmen, letztendlich ja Nullen und Einsen sind. Und als Nullen und Einsen können sie eben von Maschinen verarbeitet werden. Jetzt wenden Sie sicherlich berechtigt ein, Sie wollten doch lernen, wie Sie Ihre Regiezettel über das Tablet von der Baustelle ins Büro senden oder Ihre Eingangsrechnungen direkt am Computer prüfen, bezahlen und einen Steuerberater weiterleiten. Da haben Sie auch komplett recht. Das werden wir auch Schritt für Schritt in dieser Videoreihe durchgehen. Aber bevor wir jetzt zu dem großen Wurf ansetzen, braucht es eben ein paar Grundlagen, ein paar theoretische Grundlagen. Dadurch wird eben auch vieles verständlicher und letztendlich auch leichter, damit Sie es selbst in Ihrem Betrieb auch umsetzen können. Also, analog sind zum Beispiel Akustik-Signale, physische Besprechungen in einem Raum oder eben Papierbelege. Und digital sind eben bereits E-Mails oder Chat-Nachrichten oder eben zum Beispiel PDFs. Eingangsrechnungen, die mit der Post kommen und dann eingescannt werden, werden damit digitalisiert. Und Lieferantenrechnungen, die bereits per E-Mail eingehen und dann ausgedruckt werden, um sie zu prüfen oder in Papierform zu archivieren, werden analogisiert. Ob es analogisiert wirklich der richtige Begriff ist, weiß ich nicht. Ich habe kein wirkliches Gegenteil gefunden zum Digitalisieren. Ich sage es mal, analogisieren. Zwei weitere Begriffe, die mir für das Verständnis wichtig erscheinen, sind der Medienbruch und der Systembruch. Ein Medienbruch entsteht, wenn in einer Übertragungskette eines Prozesses Daten oder Informationen von dem einen auf ein weiteres bzw. anderes Informationsmedium übertragen werden. Das hört sich jetzt wieder ganz sperrig und kompliziert an, aber dazu ein ganz konkretes Beispiel. Daten aus einem Bestellformular werden in eine Kundenkartei eingetragen. Ein Systembruch hingegen ist es, wenn Informationen und Daten über verschiedene Systeme vorgehalten werden und von einem System ins andere übertragen werden müssen. Auch dazu ein konkretes Beispiel, damit es ein bisschen plastischer wird. Ein Kunde löst eine neue Bestellung aus und die Informationen über Zahlungsrückstände aus der Buchhaltungsanwendung sind in der Auftragsverwaltung nicht erkennbar. Oder Ihr Steuerberater arbeitet zum Beispiel mit DATEV, wie die meisten Steuerberater, für das Ihr Warenwirtschaftsprogramm jetzt keine automatische Schnittstelle anbietet und Sie die Belege als PDFs einzeln hochladen müssen. Das Kernproblem sind also hier Insellösungen in der Anwendungslandschaft, die eben nicht miteinander gut integriert sind. Sie merken sicher, wo ich jetzt hinaus will. Mit diesem Video werden die Grundlagen geschaffen, damit Sie selbst systematisch die Probleme im Büro ausfindig machen und lösen können. Sie können das zum Beispiel jetzt ganz gezielt nach Medienbrüchen suchen oder nach Systembrüchen. Und jetzt geht es noch um die wichtigsten Verlustarten, die in den analogen und schlecht gestalteten digitalen Büroabläufen typischerweise auftreten. Speziell in analogen Abläufen kommt der Transport zum Tragen. Unterlagen in Papierform werden von einem Arbeitsplatz zum nächsten transportiert. In den Behörden und Verwaltungen dieses Landes gibt es so viel Transport von Papier, dass damit einige Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt sind, Akten von A nach B zu bringen. Also das reine Umeinanderfahren von Akten, früher war das noch so auf so Wagen drauf und die großen Umlaufmappen, das hat ganz viele Wänden beschäftigt. Aber auch in kleinen und großen Betrieben sind Umlauf- und Unterschriftenmappen völlig normal an der Tagesordnung. Zum Beispiel gibt es dann diese ganzen Unterschriftenmappen, wo dann die ganzen Verträge drin sind, schön geordnet, Pultordner 1 bis 27 oder bis 31 und dann werden die eben zum Vorstand gegeben und dann dauert das Ganze, bis die eben abgearbeitet sind. Aber im Grunde ist Transport eine der wesentlichen Verlustarten. Das ist ineffizient. Und ein bekanntes Beispiel zum Beispiel dazu sind auch Regiezettel, Auftragskarten oder Bautagebücher, die von den Abwicklungsmitarbeitern zurück ins Büro für die Abrechnung transportiert werden müssen. Ein Kunde von mir zum Beispiel gibt jeden Morgen an seine Vorarbeiter so zwischen 5 und 8 Arbeitskarten ungefähr auf, was den Tag über zu tun ist und dann kommen die am Abend wieder zurück oder manchmal eben auch nicht, weil sie vergessen worden sind oder unter dem Fahrersitz im Auto gerutscht sind oder was auch immer. Wenn Sie sich überlegen, dass es eben 5 bis 8 solche Karten sind und Sie ungefähr 250 bis 260 Arbeitstage im Jahr entsprechend haben, dann können Sie sich leicht hochrechnen, das geht schon in die Tausende. Das nächste große Verlustart sind wirklich Wartezeiten. Wenn sich Unterlagen auf Schreibtischen stapeln und auf Bearbeitung warten, dann sind das Wartezeiten im Sinne der Lean-Verluste. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob jetzt Papierstapel auf Bearbeitung warten oder ob sich E-Mails in Ihren Postfach türmen. Deswegen ist da Digitalisierung nicht der Hebel. Wenn das Zeug sich stapelt, dann stapelt sich das. Und Doppelbearbeitung ist ein weiteres Beispiel für Verluste im Büroumfeld. Wenn auf einem Blog für Telefonnotizen der Name des Kunden, seine Telefonnummer, die Adresse usw. alles erfragt und vermerkt werden, obwohl es diese Informationen vielleicht schon in der Kundenkartei gibt und man den Kunden vielleicht schon aufrufen könnte, ist das eben ein schönes Beispiel für Doppelbearbeitung. Und wenn Sie Ihr Wissen über die wichtigsten Verlustarten nochmal auffrischen wollen, habe ich hier das entsprechende Video verlinkt. Da gehen wir alle 7 plus 1 Verlustarten mal ganz genau durch. Und das ist nochmal ein schöner Impuls auch, damit Sie das sehen lernen, wenn Sie durch Ihren Bürobetrieb gehen, durch Ihre Verwaltungseinheit von Ihrem Unternehmen, um zu sehen tatsächlich, wo sind denn diese Doppelbearbeitungen, diese Transporte, diese Wartezeiten, diese ganzen Verluste, lernen Sie das wirklich sehen. Mir ist es wirklich wichtig, dass Sie mithilfe dieses Videos Ihren Blick schärfen und systematisch eben nach Verlusten und Ineffizienzen in Ihrem bestehenden Büroablauf suchen können. Es geht ja nicht um die Digitalisierung, um das Digitalisierenswillen, sondern Ihr Ziel ist es ja, dass effizienter, schneller und kostengünstiger die Arbeit im Büro erledigt wird. Und die Lösung ist eben nicht auf Verdacht ein neues Warenwirtschaftsprogramm einzuführen, sondern erstmal mit dem, was bereits bei Ihnen vorhanden ist, bestmöglich zu arbeiten. Die Ineffizienzen und Verluste aufzuspüren und dann zielgerichtet aufzustellen. Und da kann man eben auch an kleineren Stellschrauben eben drehen, die sind nicht sonderlich teuer, helfen aber enorm weiter. Und das gehen wir auch in den weiteren Videos alles mit durch, deswegen bleiben Sie dran und abonnieren Sie den Kanal. Aber dazu muss auch der Arbeitsablauf, der Prozess verstanden sein. Und genau hier ist die Schnittstelle von Digitalisierung zum Prozessmanagement. Was bedeutet es jetzt, den Prozess zu verstehen? Also ein Prozess, insbesondere ein Büroprozess, den muss man zunächst mal qualitativ, also beschreibend verstehen. Was sind also die genauen Schritte, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten? Und sind wir uns darüber einig, dass das die Schritte sind? Also haben wir einen Standard für diesen Prozess? Und dazu ein Beispiel. Ein Interessent ruft an und fragt nach einem Angebot. Herr Mayer notiert alle Informationen aus dem Telefonat in sein Notizbuch. Am späten Nachmittag, wenn er ein bisschen Ruhe hat, prüft er die Notizen in seinem Notizbuch. Er sieht die offene Aufgabe, gibt die Informationen in die Warenwirtschaftssysteme ein und erstellt das Angebot. Frau Müller hingegen erfasst die Kundenstammdaten wie Name und Adresse gleich im Warenwirtschaftssystem und schreibt die zusätzlichen Infos in ein Notizfeld am Kundenstammsatz. Dann wurde es allerdings etwas hektischer und am Nachmittag hat sie nicht mehr an die Aufgabe gedacht. Den Kundenstammsatz sucht sie dafür am nächsten Morgen und erstellt eben entsprechend das Angebot. Wir sehen, am Ende haben beide Mitarbeiter ein Angebot erstellt. Aber der Weg dahin war unterschiedlich. Es gibt also Varianten zu dem an sich gleichen Prozessangebot erstellen. Denn das ist wichtig zu erkennen. Solange es Varianten gibt und keine einheitlich standardisierte Vorgehensweise, wie man das entsprechend tut, wird es eben auch später mit der Digitalisierung schwer. Weil ein Prozess sind letztendlich Regeln, Ablaufregeln. Und alles, was ein festes Regelwerk ist, lässt sich auch sehr gut eben einer Maschine erklären. Dass man das eben in Regeln abbilden kann und entsprechend unterstütz den Menschen. Solange jeder für sich individuell seinen Weg gefunden hat, wird es eben schwer, eine allgemeingültige Regel aufzustellen. Der zweite Punkt ist dann, den Prozess quantitativ zu verstehen. Es hört sich jetzt auch oder kompliziert an, ist es aber nicht wirklich. Es geht um ein paar wirklich grundlegende Kennzahlen zu Ihrem Geschäftsprozess. Die erste Frage ist immer nach dem Volumen. Also wie oft kommt denn der Prozess vor? Wie oft wird was gemacht? Schreiben Sie in Ihrem Betrieb pro Jahr ungefähr 100 Angebote oder 5.000. Das ist ein großer Unterschied. Denn das Volumen ist oft einer von den Treibern, um sich zuerst um dieses Thema zu kümmern, bevor man sich eben um singuläre Probleme kümmert, die eben nur ein, zwei, dreimal im Jahr vielleicht auftreten. Die zweite Kennzahl ist die Durchlaufzeit. Also wie lange dauert es, um bei meinem Beispiel jetzt zu bleiben, vom Anruf des Interessenten bis zum Versand des Angebots. Und wichtig ist dabei wirklich ehrlich zu sein. Also auch die Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird, wie nachts oder am Wochenende mitzuzählen, weil damit haben Sie diese komplette Durchlaufzeit wirklich korrekt erfasst. Und zurück zu meinem Beispiel. Herr Mayer mit seiner analogen und Hitzbuchmethode hat er jetzt die kürzere Durchlaufzeit als Frau Müller, die gleich digital gearbeitet hat. Also Digitalisierung und digitales Arbeiten als solches ist noch kein Garant für das effizientere, bessere, schnellere Arbeiten. Es kommt wirklich darauf an, dass Ihr Prozess gut funktioniert. Und erst dann kann mit der Digitalisierung das volle Potenzial gehoben werden. Und damit bin ich jetzt bei einem ganz berühmten und ein bisschen schmunzelnden und lustigen Zitat von Thorsten Dirks, dem Führer, Telefoniker, Vorstandsvorsitzenden. Wenn Sie einen scheiß Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Und mit diesen Grundlagen ausgerüstet, schauen wir uns im nächsten Video einen ganz typischen Prozess an, wie er in ganz vielen Unternehmen vorkommt und wie man den gut digital gestalten kann. Da geht es dann wirklich in die Praxis und wir nehmen uns einen solchen Prozess entsprechend vor. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.